Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Kaisers, der Entdeckung Villans. Ja, wir haben immer noch das kleine Problemchen, dass unser Schwertschmied von irgendwo da drüben Holz holen will, was nicht gut ist, weil da drüben sind die Majas, die uns mit Bögen beschießen wollen. Ja, und er hier hat kein Eisen mehr, also kein Eisenerz mehr, außer er holt es von unten aus dem Hauptlager. Nein, der holt es von irgendwo hier aus dem Berg. Weil da noch los ist, das Eisenerz ist, was er einschmelzen kann. Auch gut. Ja, mein erster Plan ist jetzt erstmal mit Bogenschützen hier den Bereich zu säubern, damit unsere Schmiede arbeiten können. Ist ja jetzt doch ein bisschen ärgerlich. Ja, die Schwertschmiede steht schon seit einer Weile leer. Unsere Bauarbeiter bauen fleißig die Wege hier hoch. Sind ja nur noch jetzt die einzigen Wege. Oh ja, und unsere Leute für die Kaserne, also die Träger, werden erwachsen. Das Haus hat sogar schon 100 Nahrung. Weil unser Obstbauer es vollgestopft hat. Ja, also Nahrungsprobleme dürften wir keine haben. So, du wartest wieder Schule. Du wirst ein Träger. Du bist erwachsen, du kannst ruhig dort unten bleiben. Oder am besten vor die Kaserne gehen. Du kannst trainiert werden. Gut. Ja, und der Fahrzeug weiter fleißig. Alles und jeden. So, du hast Träger in der Schule gelernt. Das ist gut. Dann gehst du mal nach da unten. Du brauchst doch einen Moment, um erwachsen zu werden. Und ja, wir können mal den Speedboost reinhauen. Weil die Majas greift uns nicht an. Ja. Du bist erwachsen. Gut. Du solltest eigentlich heiraten. Solltest du da einziehen. Da arbeiten. Du solltest Träger werden. Ja, unser Pilz hat mal. Sammelt Pilze. Gut. Du kannst jetzt hier arbeiten. So, ich hoffe mal, sie holen auch von da oben die Waffenrücke. Aber sollten sie eigentlich auch, wenn die Wege etwas lang sind. Ja, er holt einen Waffenrock. Sehr gut. Ich glaube, die versuchen immer abwechselnd Speere, Lederrüstung, Bogen, Waffenrock, dann Schwert, Eisrüstung, dann Gold, dann Bier zu holen. So, oder so ähnlich. So, wir warten, bis die Straße gebaut wurde. Halten hier drüben mein Auge offen. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Ja, weil du viel zu laufen hast zur Zeit. So, die zwei holen. Waffenrücke. Oh, und das Haus wird gebaut. Also, die Rüstungsschmiede wird gebaut. Und das Holz holen sie zum Glück von da oben. Ja, unsere Pilze haben wir dann sammelt. Wir haben auch wieder weiter fleißig Pilze. Oh, und hier wird Holzüberschuss gemacht. Gut. 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 Ja, Steine könnten bei uns sowieso irgendwann Mangelware werden, außer wir expandieren. Also, lassen wir unseren Steinmetz auch hier unten Steine kloppen. Ja, können wir machen. Wenn er hier oben alles abgegrast hat. Können wir hier einmal gerade einen Blick drauf werfen. Ja, der geht auch hier runter ein Stück weit. Aber hauptsächlich beschäftigt er sich erstmal hier oben mit den Steinen. Und ja, unser neuer Sven, nachdem wir den alten verloren haben, irgendwo da drüben. Ist leider so passiert. Können wir nichts dran ändern. Und ja, überall gehen Türen auf und zu. So, unser Träger hier kann trainiert werden. Tja, unser Träger ist leider die Puste jetzt ausgegangen. Da wird zum Glück nur noch Leder für Schuhe brauchen. Ist das jetzt nicht so sehr das Problem. So, der Speermacher ist leer. Können wir den also einreißen. Möbelwerkstatt steht schon lange leer, aber der Rüstungsschmied ist jetzt fertig. Oh, und er holt Eisenerz aus dem Hauptlager jetzt. Sehr gut. Er holt Holz aus dem Holzfällerlager. Das ist auch gut. Wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis die ein bisschen was an Vorräten eingelagert haben. Also an Waffen. So, mach jetzt erst noch ein neun. Das dürfte dich auf deine zehn bringen. Dann geben wir nochmal fünf in Auftrag, wenn du die neun gemacht hast. Und dann vielleicht nochmal fünf. Ja, Holzfällerlager steht schon lange leer. Du kannst trainiert werden. Gut. Wie sieht's mit Bier aus? Bier können wir jetzt dann langsam hier runter transportieren. Wo ist denn das Bier? Ja, 50. Da müssen die nämlich nicht das... Die Träger nämlich nicht das Bier von da oben holen. Ist recht, wenn sie da die Waffen holen müssen. Aber selbst dafür habe ich schon etwas Abhilfe ja geschaffen. Also ja, schnappen wir uns unseren... Oh, du kannst trainiert werden. Das ist gut. Schlusserei steht schon eine Weile leer. Das heißt, du... Bevor du hier weiter rumstehst... Schusterst du uns einfach aus dem Leder, das wir noch haben, Schuhe. Weil wie gesagt, zum Bauen oder Bögen machen brauchen wir jetzt erstmal keinen. Leder mehr. Ah, Pilze. Sind jetzt mittlerweile wieder genug. Also machst du mir mal bitte wieder Öl. So, wo ist unser neuer Sven? So, wo ist unser neuer Sven? Der baut noch hier oben eine Straße fertig. Das ist okay. Ja, du. Du holst Eisen. So, Sven, du gehst in die Schule. Weil das letzte Stück Straße, das kriegt auch... ...unser anderer Bauarbeiter fertig. Und dann kann ich nämlich dich wieder zum Töpfer erstmal machen. Denn uns geht das Geschirr aus. Beziehungsweise ist das Geschirr schon ausgegangen. So, Öl kommt wieder rein. Weil der Pilz... ...der Druide jetzt Pilze wieder verarbeitet. Gut. Ja, überall wird Geschirr und Eisenerz benötigt. Beziehungsweise Geschirr. So, du wirst zum Händler gemacht. Und deine Strecke. Ja gut, stell erstmal die Eisenrüstungen da her. Eisenholz. Ja, Goldnagels muss ich bald mal wieder heranschaffen. Von unserem Goldschmied. Und